Wir Menschen werden die Sünden vergeben. Ich erinnere mich an eine Beichterfahrung, die ich gemacht habe, ist schon fast 30 Jahre her. Ich war junger Kaplan, war auf Aushilfe, in einem eher kleinen Pfarre angelangt, Samstagabendmesse. Ich komme hin, so circa 20 vor, sagt man der Mesner, nein, es ist noch üblich, dass der Priester in den Beichtstuhl vorher geht. Zu meinem Erstaunen waren da gleich so vier, fünf Leute angestellt. Wenn ich doch 20 Minuten noch umziehen, wie soll sich das ausgehen? Es ging sich prächtig aus. Es ist kein Beichtziegelbruch, wenn ich jetzt sage, dass so das Wesentliche war. Morgen- und Abendgebet vergessen, einmal den Sonntaggottesdienst nicht mitgefeiert, heilige Namen im Zorn ausgesprochen, vielleicht manchmal noch, komischerweise immer nur bei Männern, unkeusche Gedanken gehabt. Das war es. Und mehr war da nicht, worüber man hätte reden können, sondern das sollte dort so sein und mehr war nicht Bedarf. Hat mich damals persönlich so aufgeregt, wie wenig Beichte mit dem Leben manchmal zu tun haben kann. Mittlerweile sehe ich es doch ein bisschen relativiert, da sind ja nicht unwichtige Sachen angedeutet. Zweimal am Tag, so früher hat man mal gelernt, Morgen- und Abendgebet ist wichtig. Zweimal am Tag sich so nah auf Gott ausrichten, ist ja eigentlich ein sehr guter Modus. Sonntag den Gottesdienst mit zu feiern. Ja, man driftet ab, wenn man es nicht tut, auf Dauer. Mit heiligen Dingen sorgsam umzugehen, hat ja alles was für sich. Heute wird uns von lebensbezogenen Sachen im Evangelium erzählt. Das ist nicht einfach so der Moment der Auferstehung. Schön, dass du da bist, nett, dass du wieder lebst und das warst dann. Sondern da geht es um Erschütterung, um nicht glauben können, um Freude, die da ist und trotzdem noch nicht fassen können. Da geht es darum, dass diese kleine Ungemeinschaft zutiefst erschüttert wird. Da geht es dann um Auferstehung, um Leben als Christin, als Christen mit dem Auferstandenen. Nicht so zur Behübschung des Alltags, wo man dann drei, vier fromme Sachen in der Beichte vor Gott bringt. Aber mit dem Leben ist das weit entfernt. Es geht bei der Auferstehung nur ums Leben. Es wird uns heute sehr intensiv vor Augen geführt. Der Tritt mitten unter die Seinen und deren Welt schaut plötzlich anders aus. Ich denke, das ist so ein Stückchen der Bogen auch zum letzten Sonntag, die Geschichte mit dem sogenannten Ungläubigen Thomas. Ich sage betont, sogenannt Ungläubig, weil ich glaube, er war vielleicht sogar der Glaubigste unter all denen. Ihr erinnert euch oder kennt die Geschichte zumindest. Jesus kommt, die Jünger machen eine Erfahrung, er lebt. Der Thomas ist nicht dabei, ihm am Sonntag geht er so um Archistief feiern. Dort kann man ihn erfahren. Und als er dazukommt und sie ihm erzählen, sagt er, ihr spinnt. Und das wird sehr schön biblisch nach vorne geführt. Am nächsten Sonntag sind sie wieder beisammen, wieder mit verschlossenen Türen, wieder eingeigelt ineinander. Woran hätte der Thomas erleben sollen, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist, wenn sich an der Gemeinschaft nichts ändert? Der Thomas glaubt nicht an eine Auferstehung, die nichts mit dem Leben zu tun hat, sondern wenn Auferstehung, dann stellt sie das Leben auf den Kopf. Die Erfahrung macht er. Und heute im Evangelium macht es nicht mehr nur eine Person, sondern eine kleine Gemeinschaft. Erschüttert, durcheinandergebracht, auf den Kopf gestellt, das ist Auferstehung. Wenn unser Leben sich zutiefst verändert durch den Glauben an einen Auferstandenen, das ist es. Und wenn ich das ernst nehme, dann ist Beichte nicht mehr das Verabsäumen von zwei so frommen Dingen, sondern dann geht es ums Leben, dass ich da betend vor Gott bringen kann. Mit dazu sage ich, ich darf neu anfangen in den wichtigen Bereichen, für die wir als Christinnen und Christen gefragt sind. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit Ehepartnerinnen, Ehepartner, Kindern, Eltern um? Wie verhalte ich mich im Job? Wie viel tue ich wirklich für die Armen? Die zwei Euro am Sonntag können es wohl nicht sein, wenn Jesus echtes Teilen verlangt. Wo engagiere ich mich? Politisch, gesellschaftlich, in Dingen des Umweltschutzes, des Miteinanders. Das sind die Lebensthemen, die die Welt verändern. Nach denen fragt er. Ich denke, wir werden heute sehr schön hingeführt, dass es bei Auferstehung um eine tiefe Lebensveränderung geht. Und sich auf ihn einzulassen, heißt ganz anders, das Leben aufzubauen. Da merkt man dann etwas an Menschen, die echt an die Auferstehung glauben. Merkt man es bei uns? Wenn wer reinkommt, der keine Ahnung hat von dem, was wir tun, merkt man, dass wir eine tiefere Hoffnung haben? Merkt man es im Alltag, wenn Menschen mit uns zusammenkommen, im Job, im Sport, im Freizeitvergnügen, wo auch immer wir sind? Merkt man, dass wir aus einer tiefen, veränderten Wirklichkeit leben, einem tiefen Vertrauen auf einen Gott, der diese ganze Welt trägt und erlöst und zum Leben ruft? Spürt man uns das an? Das ist eine kritische Frage an uns, die die Heilige Schrift uns da stellt. Ich möchte es nicht so, wie der Gandhi es gemeint hat. Christen müssten erlöster ausschauen, hat er was für sich. Aber nicht mit dem Druck, ich muss es besonders freundlich grinsen, aufgesetzt und erblödsinn und wieder am Leben vorbei. Das ist es sicher nicht. Aber seine inneren Verankerungen in einem auferstandenen Herrn, der die Welt und mein Leben auf dem Kopf steht, schaut Leben anders aus, als nur ein frommes Ding am Sonntag. So wenn man sehr vorsichtig hingeführt in verschiedenste Formen, was Auferstehung heißt. Osternacht, die Frauen kommen zum Grab. Leere, nichts, mit Schrecken gehen sie weg. Auferstehung hat auch etwas zu tun mit einer Wirklichkeit, die ich unmöglich fassen kann. Geschichte mit der Maria von Magdala am Ostersonntag. Ewigkeiten spricht Jesus mit ihr, bis sie sich etlich liebevoll mit ihrem Namen nennt. Es braucht für den Glauben an die Auferstehung dieses Berührtwerden, persönlich angeredet werden von ihm. Das kann lange dauern. Wir leben bei den Emmaus-Jüngern am Ostermontag, einen Auferstandenen, der den ganzen Tag, den ganzen Tageslauf mit ihnen geht, ohne dass sie es merken. Im Rückblick werden sie dann sagen, haben wir es nicht kapiert? Brandt ihr uns nicht das Herz? Erkannt haben sie ihn beim Brotbrechen. Die Geschichte mit dem Thomas. Wenn sich in der Gemeinde bei den Menschen nichts ändert durch die Auferstehung, kann niemand glauben. Thomas ist einer, der an eine Auferstehung glaubt, die die Welt auf den Kopf steht. Und die hat er nicht gefunden. Und heute wird die kleine christliche Gemeinde, die kleine christliche Gemeinde hier oder zu Hause gefragt. Und ist euer Leben jetzt wirklich auf den Kopf gestellt? Wenn nicht, dann lasst euch neu auf diese Dynamik, diese Explosionskraft der Auferstehung ein. Dann wird sich auch die Welt verändern. Amen. 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 Amen.